hallo willkommen zu einem neuen video im fall julia f und es gibt sehr gute neuigkeiten die jetzt dreijährige julia die darf seit gestern den 18 februar bei ihren eltern mit behinderung bleiben bevor ich in die details gehe noch der hinweis wenn ihr über neue videos informiert werden wollt automatisch dann abonniert den freifarm kanal auf youtube und vergesst nicht die glocke zu aktivieren damit ihr benachrichtigungen über alle neuen videos bekommt ja der fall julia f der fing im november 2018 an da wurde die julia die noch von ihrer mutter gestillt wurde damals zwei jahre alt einfach vom jugendamt in einer ad hoc aktion weggenommen von ihren eltern da wurden die polizisten in munterkingen gerufen die das dann noch unterstützt haben und das gericht in ulm hat dann entschieden im juni 2019 dass die julia wieder zurück zu ihren eltern soll und zwar ab 1 juli 2019 und da ist nichts geschehen bis gestern gestern hat dann das jugendamt gesagt dass die julia ihren eltern bleiben soll und sehr verständlich war die julia überglücklich als es ihr gestern ihre eltern gesagt haben sie hat sich extrem gefreut und hat ihren bruder umarmt das ist eine sehr schöne sache und ich kann nur sagen und empfehlen dass ihr euch an freifarm wendet wenn ihr ähnliches erlebt wie es die eltern von julia erlebt haben nämlich dass ein jugendamt hier willkürlich vorgeht in diesem fall war es das jugendamt alp donau kreis die als die außenstelle in ehingen die die julia im november 2018 weggenommen hat mittlerweile ist das jugendamt in bieberach zuständig die haben sich da auch sehr viel zeit gelassen zu viel zeit in meinen augen es war so dass die julia jetzt gerade krank ist und der kinderarzt hat dann oder ich weiß nicht ob es ein kinderarzt war halt der arzt wo dann die eltern mit der julia waren der hat gesagt die julia soll jetzt endlich bei den eltern bleiben dieses hin und her zwischen eltern und pflegefamilie tut ihr nicht gut sie kann bei den eltern am besten genesen na das jugendamt bieberach gesagt okay in ordnung die julia soll jetzt bei den eltern bleiben wenn ihr ähnliches erlebt habt dann schreibt bitte an info at freifarm.de wir berichten gern über euren fall und ich hoffe dass das dann genauso wie im fall julia f bewirkt dass ein kind das zu unrecht in obhut genommen wurde wieder zurück zu den eltern gegeben wird und wenn ihr wie gesagt über neue videos benachrichtigt werden wollt dann abonniert unseren kanal auf youtube freifarm und aktiviert die glocke damit über allen alle neuen videos benachrichtigt werdet danke fürs zuschauen und wenn ihr spenden wollt um unsere sache zu unterstützen die freiheit von familien dann seht ihr jetzt gleich den link zu den spenden informationen danke nochmal fürs zuschauen tschüss und nochmal riesige freude dass die julia endlich bei ihren eltern ist und bei ihrem bruder bei ihrem klein tschüss zusammen